Die letzten zwei Jahre waren ausstrengend, sowohl körperlich wie auch mental. Wir wollen endlich von der Pandemie kommen. Ich möchte, dass alles zu Ende wiederholen, meine Überschränkungen. Als Leute, die leider nicht immer an einer Mission wie dem regulären Rättingsdienst effektiv sind. Alle Ambulanz fällt in einem Covid-19-Ausatz bedingt durch Desinfektion 90 Minuten aus. Covid-19 belastet nämlich Patienten psychisch, mehr auch alles als Personal. Wir leiden immens unter der Covid-Situation durch die extrem aufwendige Hygienesmausnahmen. Das ist nicht der Moment zu verlassen. Wir werden alle uns unterstützen und das geht. Sie beachten uns, wir beachten uns.